Gerät reinigen der Jura Z6 mit AmbiClean Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen. Das Display zeigt Gerät reinigen. Dann drücken wir hier auf den Rotariswitch. Dann wird gezeigt Reinigung. Starten. Wie immer Kaffeesatzbehörde leeren. Rotariswitchdrücken. Das sind kleine weiße Tabletten. Jetzt sagt er gleich, dass man die Tablette hinten einwirken soll. Da gibt es zwei Klappen. Die rechte ist für Kaffeepulver und die linke ist für die Tablette. Reinigungstablette einwerben, Deckel auf, Tablette rein, Deckel zu und nochmal hier oben drücken. Und wenn das Gerät fertig ist, dann steht drin, das Gerät wurde gereinigt. Alle 80 Bezüge möchte die Jura das haben. Tschüss!